In einem Raum, der nach Ölfarben roch, saßen fünf Menschen an Staffeleien und zeichneten. Ich verharrte einen Moment in der Tür und schaute nach vorn. In der Ecke stand ein Kachelofen, der wegen der Kohlenknappheit kalt blieb. Mein Atem kondensierte zu Wolken. Auf den stumpfen Dielen sah ich graue Farbkleckser von den Versuchen anderer Menschen in diesem Raum Wirklichkeit einzufangen. Die Dielen knarzten, aber niemand schaute zu mir. Ich behielt meinen Mantel an, als ich mich an eine leere Staffelei setzte. Meine Fingerspitzen waren taub, ich hauchte sie an, mir wurde warm im Gesicht trotz der Kälte. Alle schauten nach vorn. Der Pelz, auf dem sie lag, war dunkel und zu kostbar für einen Raum in dieser Zeichenschule und für die Zeit, in der wir lebten. Die Frau lag auf der Seite, stützte mit einer Hand ihr Kinn und schaute an allen vorbei in die Leere des Raumes. Ab und zu hustete sie. Ich schaute sie an, wie ihr Haar fiel, welche Linie sich zwischen ihrer Schulter und ihren breiten Hüftknochen gegen die dunkel gestrichene Wand abzeichnete, wie ihre Haut das Licht einfing. Sie war ein wenig runder als das Schönheitsideal, vor allem an den Knien. Ich dachte an ein Gemälde von Peter Paul Rubens, an die nackte Frau darauf. Ich hatte es als Junge mit Mutter im Louvre gesehen. Den Titel hatte ich vergessen. Einmal lächelte die Frau auf dem Pelz für einen Moment. Ich konnte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen erkennen. Aber ihr Gesicht würde lächelnd auf einem Bild nicht richtig aussehen. Dieses Gesicht würde am schönsten sein, wenn die Frau weinte. Neben mir an den anderen Staffeleien saßen die Schüler und zeichneten. Die Kohle schmolz in meinen Fingern. Kurz kniff ich ein Auge zu und versuchte, die Frau als Form und Fläche anzuschauen. Ich mochte ihre kleine Nase. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie das funktionierte. Zeichnen. Nach ein paar Momenten schaute ich sie einfach an. Meine Narbe verbarg ich hinter der Staffelei. Am Ende der Stunde erhob sie sich und nahm ein Baumwolltuch, das ein Mann ihr hinhielt. Sie wickelte sich nicht darin ein, sondern faltete es und legte es sich über den Arm. Sie ging nackt aus dem Zimmer. Ich rollte den leeren Bogen in Grässpapier zusammen und steckte ihn in meinen Rucksack. Später stand die Frau draußen, nun angezogen und war umringt von drei Männern, die scherzten und dabei laut waren. Sie rauchte und schaute auf die andere Straßenseite. Ich nickte zum Abschied. Sie sah mich nicht. Der Wind blies durch meinen Mantel und störte mich kaum, als ich zur Bushaltestelle ging. Es begann wieder in feinen Flocken zu schneien. Auf dem Weg sah ich an einer Hauswand ein Plakat. Darauf war eine hellhaarige Frau zu sehen, von der ich glaubte, sie würde dem Mädchen aus der Zeichenschule ähneln. Auf dem Plakat stand Die deutsche Frau raucht nicht, die deutsche Frau trinkt nicht und die deutsche Frau schminkt sich nicht. Fall 1 Frau Steiner mit vier Kindern Frau Katz mit zwei Kindern Frau Gelbart mit einem Kind Frau Herschendörfer mit einem Kind Zeuginnen Erstens, Gerda Kachel Zweitens, Elli Levkovic Die Zeuginnen Gerda Kachel und Elli Levkovic waren zusammen mit der Angeschuldigten bei der Firma Siemens beschäftigt, lebten jedoch illegal. Sie hielten sich tagsüber bei Aaron Psewozik in der Schönhauser Allee 152 auf. Sie begaben sich in die Lothringer Straße 24 bis 35, um eine Frau Steiner zu besuchen. Sie fanden die Wohnung versiegelt vor. Von dem schräg gegenüber wohnhaften Willi Israel erfuhren sie, dass die Angeschuldigte und Rolf Isaksson die Wohnung Steiner in der zahlreiche illegal lebende Juden verkehrten, längere Zeit beobachtet hätten. Eines Tages habe die geheime Staatspolizei in Anwesenheit der Angeschuldigten und Rolf Isaksons folgende Juden aus der Wohnung abgeholt. Frau Steiner mit vier Kindern Frau Katz mit zwei Kindern Frau Gelbert mit einem Kind Frau Herschendörfer mit einem Kind Diese Personen wurden nach Auschwitz deportiert. Als die Zeugin Kachel kurz darauf selbst in Auschwitz eintraf und sich dort nach ihnen erkundigte, erfuhr sie, dass bereits alle vergast worden waren. Frau Steiner mit einem Kind